Bevor ich zur Predigt komme, habe ich noch zwei kurze Dinge zu sagen. Zum einen, wir haben Lars halt gerade gebetet für Familie Stüve. Und ich werde immer mal wieder gefragt, wie geht Stüves eigentlich? Ich nehme an, Sie sind dabei im Livestream. Hallo Familie Stüve. Es geht Ihnen sehr gut. Sie lassen herzlich grüßen. Der kleine Benedikt hat sich toll entwickelt. Sein Immunsystem ist schwach, deswegen sind Sie normalerweise nicht hier im Gottesdienst. Das ist einfach der ganz praktische Grund. Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein, aber insgesamt entwickelt er sich ganz toll. Und Sie sind sehr dankbar für alle Gebete, für alles, was Sie an Unterstützung erfahren haben. Das war der erste Hinweis oder die erste Information für Sie. Die zweite hat eben irgendwer mitgeschrieben für Silvester, die E-Mail-Adresse für Christian Klein. Irgendwer? Tatsächlich. Also, lieber Gerhard, Hinweis, die E-Mail-Adresse war nicht richtig. Ich gebe dir nachher die richtige. Und wenn wer anders auch noch die E-Mail-Adresse von Christian Klein braucht, kann er gerne Lars oder mich ansprechen. Da war ein kleiner Fehler passiert. So, und jetzt hoffe ich, ich habe Sie nicht abgelenkt. Sie können sich auch so anmelden, liebe Frau Rumpf. Sie können mir das einfach sagen nachher nochmal. Jetzt habe ich mich ablenken lassen. So leicht, man ist so leicht abgelenkt. Auch im Gottesdienst, so ein Baby schreit oder ein Handy klingelt oder, wenn es mal ganz schlecht läuft, fällt eine Bibel runter. So die Ablenkung, ja, das kennen wir alle. Und ich denke, wir kennen auch alle diese etwas größeren Ablenkungen. Dinge, die in unser Leben kommen und die uns eine Zeit lang einfach unseren Fokus irgendwie so auf einen bestimmten Punkt bringen. So, dass man vielleicht den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Menschen, denen es so ging, begegnen wir in unserem heutigen Predigtext. Und das ist der Predigtext, mit dem wir diese Adventsserie durch über den Wegbereiter Jesus abschließen wollen. Wir kommen heute nun zum ersten Mal dahin, dass wir diesen Wegbereiter Jesus selber in Aktion sehen. In den letzten drei Wochen, da haben wir die Ankündigung aus Malachi gehört, dass dort jemand kommen wird, ein Bote, ein Wegbereiter. Wir haben dann ganz konkret gesehen, wie dieser Wegbereiter angekündigt wurde, den Eltern, den kinderlosen Eltern Zacharias und Elisabeth, dass ein Sohn geboren werden würde, Johannes der Täufer. Dann haben wir letzte Woche betrachtet, wie dieser Sohn geboren wird und der Vater in den Lobpreis einstimmt. Wir haben das gerade eben gemeinsam nochmal gebetet. Und heute sehen wir jetzt diesen Wegbereiter in Aktion, und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 19 bis 28. Und ich möchte uns zu Beginn diesen Text lesen. Vers 28 werde ich nachher nicht so richtig mit betrachten, aber ich lese ihn jetzt mit. Nachher schauen wir uns dann die Verse 19 bis 27 an. Sie finden das, wenn Sie mitlesen wollen, auf Seite 107 und 108. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebenet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum tauchst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Britannien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Wir sehen hier, dass eine Abordnung von Priestern und Leviten zu Johannes dem Täufer kommt. In der Tat, sie kommen zu einem der Iren. Als Sohn des Priesters Zacharias war Johannes der Täufer ja selber aus dem Priestergeschlecht. Und doch war er so ganz anders als die anderen Priester. Er schien nicht den klassischen Priesterdienst auszuüben. Ja, in der Tat, er schien als junger Mann sehr früh in die Wüste gegangen zu sein und lebte dort einige Zeit, wohl für sich alleine. Und dann kam er eines Tages aus der Wüste zurück und, naja, und seine äußere Erscheinung, die war, sagen wir mal, ungewöhnlich. Ja, so lesen wir, wir haben das gerade gehört, dass er ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden trug und dass er Heuschrecken und wilden Honig aß. Und ich kann Sie beruhigen, das war auch damals nicht der gewöhnliche Dresscode. Und das war auch nicht die normale Nahrung, die man so aß. Ja, Käfer mit Süßigkeiten. Hm, lecker. Es war also schon eine sehr skurrile Gestalt. Und es war nicht nur sein Äußeres, das so ein bisschen seltsam war. Auch das, was er tat. Er hielt sehr radikale Bußpredigten. Wir haben gerade einen kleinen Einblick bekommen aus dem Matthäus-Evangelium über diese Art des Predigens. Er rief die Menschen zur Buße und dann taufte er sie. Und das Erstaunlichste an allem, nicht nur wie er aussah und was er tat. Die Menschen kamen zu ihm. Menschen, Massen kamen zu ihm und hörten seine Botschaft und ließen sich taufen. Er wurde nicht einfach ignoriert. Ich meine, das hätte man doch erwartet, wenn da jetzt so eine abgerissene Gestalt aus der Wüste kommt. Ja, wahrscheinlich noch ein paar Heuschrecken zwischen den Zähnen. Honig im Bad und predigt den Leuten die Hölle. Ich meine, wir kennen doch solche Leute. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, so in der Stadt. Jemand, der da rumläuft und ein bisschen abgerissen aussieht. Oder in der U-Bahn und auf einmal anfängt und den Leuten sagt, wir gehen alle in die Hölle. Ich meine, die Leute, was tun wir mit denen? Wir sehen sie vielleicht mitleidig an. Wahrscheinlich schauen wir einfach weg. Wir ignorieren sie. Aber hier ist das ganz anders. Bei Johannes, da kommen die Menschenmassen zusammen und sie tun, was er sagt. Sie bekennen ihre Sünden und sie lassen sich taufen. Ohne jede Frage. Hier wirkt eine außergewöhnliche Kraft. Hier ist eine Vollmacht am Wirken, die rein menschlich nicht zu erklären ist. Und von daher ist es erst einmal sehr gut nachvollziehbar, dass hier eine Delegation kommt und eine Frage stellt. Die Frage stellt, wer bist du? Was hat es damit auf sich? Und vielleicht war es so, dass die Umstehenden, die da zusammengekommen waren, der Delegation schon Antworten gaben und sagten, wir hoffen, das könnte vielleicht der Messias sein, auf den wir schon so lange warten. Auf jeden Fall sah Johannes sich dazu veranlasst, zu sagen, ich bin nicht der Christus. Das ist sein erstes Bekenntnis auf die Frage, wer bist du? Ich bin nicht der Christus. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Wenn ihr auf den wartet, dann wartet weiter, denn ich bin es nicht. Okay? Dann die nächste Frage. Bist du Elia? Und diese Frage ist jetzt ganz naheliegend. Wir wissen vielleicht aus dem Alten Testament, dass der Prophet Elia zur Zeit seines Wirkens eine etwas ungewöhnliche Gestalt war. Auch er war nicht so gekleidet, wie man das damals tat. Und auch er hielt wirklich radikale Predigten. Und noch dazu hatte ja dann der letzte Prophet des Alten Testaments, Malachi, den Menschen angekündigt, dass eines Tages, noch bevor der Christus kommt, ein Bote vor ihm hergesandt werden würde. Ein Elia. Und dann gut 400 Jahre später, da war ja dann tatsächlich auch dem Zacharias angekündigt worden, dass sein Sohn, dieser wundersamen ihm und seiner unfruchtbaren Frau, geschenkte Sohn, vor ihm, vor diesem Christus hergehen werde, im Geist und in der Kraft Elias. Also Johannes hätte mit gutem Recht sagen können, ich bin der verheißene Elia. Aber er tut es nicht. Er antwortet faktisch korrekt, dass er rein physisch nicht irgendwie der aus dem Himmel zurückgerückte Elia ist, sondern dass er seine eigene Person ist. Ich bin nicht Elia. Physisch bin ich Johannes, ich bin nicht Elia. Und er geht dabei nicht auf das ein, was Jesus später über Johannes bezeugte. Dass wenngleich er nicht physisch Elia ist, er sehr wohl der Elia ist, der da kommen sollte. Warum tat Johannes das? Warum nahm er das für sich nicht in Anspruch, Elia zu sein, wo er es doch in gewisser Weise war? Nun, weil Johannes um seinen Auftrag wusste. Er wusste darum, dass er ein Wegbereiter war und dass es den Menschen nicht helfen würde, wenn er jetzt die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen würde. Er wollte nicht ihre Aufmerksamkeit. Er wollte auf wen anders hinweisen und so verneint er, der Elia zu sein. Und dann schließlich kommt diese dritte Mutmaßung. Bist du, bist du der Prophet? Und er antwortet, nein. Der Prophet, das ist ein Hinweis, das ist für uns vielleicht jetzt erstmal nicht so nachvollziehbar, weil es natürlich viele Propheten gab, aber der Prophet war für die Juden derjenige, den Mose angekündigt hatte. Mose hat in seiner Abschiedsrede erklärt, dass ein Propheten wie mich der Herr erwecken wird. Aus dir und deinen Brüdern. Und dem sollt ihr gehorchen. Das hatte Mose gesagt. Ein Prophet wie er. Ein Prophet, der das Volk in die Freiheit führen sollte. Der dem Volk Gottes Willen offenbaren und sie belehren sollte. Ein Retter und ein Herr. Und Johannes weiß sehr, sehr genau darum, dass er nicht dieser Prophet ist. Dieser Prophet war ein anderer. Dieser Prophet musste erst noch kommen. Und so weist Johannes von sich weg und sagt, nein, ich bin das nicht. Schaut nicht auf mich. Bin ich Christus? Auch Elia bin ich letztendlich nicht. Schaut doch nicht auf mich. Es ist ganz interessant, wie dieser Dialog verläuft. Ich meine, ich will ja keinem was unterstellen, aber ich weiß von mir selbst und auch aus Begegnungen mit anderen Menschen, wenn man Menschen fragt, bist du nicht der Rainer? Dann ist die Antwort normalerweise nicht, nein, bin ich nicht. Sondern, nee, ich bin der Lars. Bist du nicht der Christian? Nein, ich bin der Markus. Ich war hier lange ältester. Du müsstest mich doch kennen und ich mache das und das. Wir würden normalerweise nicht einfach nur sagen, nein. Wir würden anfangen, über uns zu reden. Wir würden typischerweise viele von uns zumindest, also ich zumindest, wahrscheinlich würde versuchen zu erklären, wer ich bin. Johannes tut das nicht. Das liegt ihm ganz fern. Er will auf gar keinen Fall Menschen an sich binden. Er will nicht, dass die Menschen bei ihm bleiben. Er will den Blick der Menschen nicht auf sich richten, sondern er will sich vorbereiten, damit sie den sehen, der nach ihm kommt. Und so erklärt er eben, dass er weder der Christus noch der Elia noch der Prophet ist. Nur in Delegation lässt sie nicht so leicht von ihm ablocken und sie fragen nach. Sie lassen nicht locker. Sie sagen, wer bist du dann? Wir sind ja schließlich von jemandem gesandt worden. Wir müssen ihnen Antwort geben. Wer bist du? Was sagst du von dir selbst? Ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt kann Johannes nicht mehr sagen, nein. Jetzt muss er eine Antwort geben. Und so erklärt er dann, wer er ist. Er sagt, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und das ist eine spannende Antwort. Das ist eine richtig spannende Antwort. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Es geht nicht um mich als Person. Schaut nicht auf mich. Ich bin nur eine Stimme. Nur eine Stimme. Von daher, nicht mich angucken, aber gut zuhören. Weil ich bin die Stimme eines Predigers. Predigern kann man auch mit Augen zu gut zuhören. Weil es geht nicht um die Prediger. Man muss sie sich nicht genau anschauen. Es geht um den, auf den sie hinweisen. Und das ist dann das Zweite, was er tut. Er weist also nicht nur darauf hin, dass ich als Prediger keine Rolle spiele. Ich bin nur die Stimme, er sagt noch bemerkenswerter, meine Botschaft. Ebnet den Weg des Herrn. Das ist die Funktion des Bußpredigers. Ebnet den Weg des Herrn. Macht euch bereit dafür, dass der Herr kommt. Und Johannes zitiert hierbei, er macht das ganz deutlich, den Propheten Jesaja. Und es ist ganz interessant, sich mal anzuschauen, was der Prophet Jesaja genau gesagt hat. Jesaja 40, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Johannes sagt, ich bin der, der vor Gott kommt. Ich gehe vor Gott her. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier kommen Menschen, die sich fragen, okay, was hat es mit diesem Typen auf sich? Und er sagt ihnen, ich bin hier, weil Gott zu euch kommt. Gott selbst kommt zu euch. Ich glaube, in dem Moment hätte ich viele Fragen gehabt. Johannes, woher weißt du das? Gott, du meinst Jahwe, du meinst der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, kommt zu uns? Woher weißt du das? Wann kommt Gott? Was soll ich tun? Und woran erkennen wir, wenn er kommt? Wie würde er aussehen? Ich weiß nicht, wie es euch ginge, wenn euch jemand sagen würde, am Heiligabend, da kommt Gott. Gott kommt zu euch Menschen. Nicht nur symbolisch. Er kommt. Jesus kommt wieder, hat er gesagt. Stellt euch vor, jemand würde euch ankündigen, am 24.12. wird Jesus kommen. Und stellt euch vor, der Mann spricht mit einer Vollmacht, dass, obwohl er völlig abgerissen ist, unglaubliche Dinge geschehen, Menschen zu ihm kommen. Würdet ihr euch nicht fragen, Jesus, woher können wir wissen, dass du es dann wirklich bist? Wie erkennen wir dich? Was sollen wir tun? Müssen wir uns irgendwie vorbereiten? Und die Leute hören jetzt diese Aussage des Johannes. Gott kommt. Ich bereite ihm nur den Weg. Gott kommt. Und die Leute, diese Delegation, da rein, da raus. Völlig falscher Fokus. Jetzt reden wir mal nicht darüber. Wir haben eine ganz wichtige Frage für dich, Johannes. Wer bist du eigentlich? Verrückt, oder? Die Frage, die wir als nächstes hören, ist, ist, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Fast so, als wenn sie die Aussage eben nicht gehört hätten. Was für eine deplatzierte Frage, nicht wahr? Gott kommt und, aber Lars, warum hast du so eine schöne, wo hast du die Krawatte her? Geht nicht um meine Krawatte, die ist von Aldi oder C&A. Es spielt keine Rolle. Gott kommt. Ja, aber erklär mal, und dein Sack holt es auch. Die hätten Johannes genauso gut fragen können, wo hast du denn den Kamelmantel her? Der ist ja cool, ja. Sag mal, schmecken die Heuschrecken wirklich? Mit Honig? Die haben überhaupt nicht verstanden, was Johannes gerade gesagt hat. Ihr ganzer Fokus ist falsch ausgerichtet. Sie verstehen überhaupt nicht, was Johannes ihnen hier erklärt. Er bahnt dem Herrn einen Weg. Und sie schauen weiter auf Johannes. Und Johannes lässt sich von seinem Auftrag nicht abbringen. Johannes weiß, mein Job ist jetzt nicht, auf diese irre geleiteten Fragen groß einzugehen. Das heißt, er antwortet im Prinzip nur mit einem Halbsatz und weist dann sofort wieder auf Jesus hin. Er sagt, ich taufe mit Wasser. Aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen. Ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Er sagt, auf gut Deutsch, er sagt, schaut nicht auf mich. Macht euch nicht so viele Gedanken über das, was ich hier tue. Hört zu, ich bin die Stimme eines Predigers. Hört mir doch zu. Ich bin nicht wichtig. Es geht um den, der da kommt. In der Tat, er ist schon gekommen. Er ist schon mitten unter euch getreten. Aber ihr habt ihn noch nicht erkannt. Macht die Augen auf. Ebenet dem Herrn den Weg. Macht Platz für Gott. Macht ihm Platz in euren Herzen. Gott ist mit uns. Immanuel ist zu Recht sein Name. Gott mit uns. Das ist der Grund, warum Johannes da ist. Das ist wichtiger als alles andere. Er ist der Wegbereiter, um die Menschen auf den vorzubereiten, der nach ihm kommt. Die Gesandten dachten, Johannes wäre irgendwas ganz Besonderes, was ganz Bedeutendes. Und Johannes sagt, schaut, ich habe eine Rolle, Stimme eines Predigers. Aber im Vergleich, im Vergleich zu Jesus, im Vergleich zu Gott, im Vergleich zu dem, dem ich den Weg bereite, bin ich völlig unbedeutend. Ich bin nicht mal wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse. Nicht mal diese geringste Tat, die man jemandem tun könnte, beim Fußwaschen, nicht mal dazu, nicht mal da, diesen Wert habe ich. Im Vergleich zu Jesus bin ich unbedeutend. Wenn Jesus in den Fokus kommt, dann ist alles andere wirklich nebensächlich. Und die jüdische Delegation, die versteht das nicht. Ihr Fokus ist fehlgeleitet. Sie stellt einfach die falschen Fragen. Und so stellt sich die Frage für uns. Wie ist das mit uns? Haben wir Jesus im Fokus? Die Welt ist voller Ablenkung. In der Adventszeit erleben wir das in ganz besonderer Weise. Wir nehmen uns jedes Jahr vor, wir wollen uns wirklich auf das Fest vorbereiten. Wir wollen uns nicht anstecken lassen vom Weihnachtstrubel. Wir wollen dieser Hektik keinem Raum geben. Wir wollen in diese Geschenkkauforgie nicht mit einklingen, uns mit einklingen. Wir wollen uns auf das große Geschenk konzentrieren, auf Jesus. Und jedes Jahr wieder scheitern wir daran. Jedes Jahr wieder lassen wir uns wegbringen. Alle guten Vorsätze sind dann doch ganz schnell wieder weg. Und deswegen brauchen wir diesen Wegbereiter auch immer wieder für unser Leben. Wir brauchen immer wieder jemanden, der uns sagt, okay, ist gut, Geschenke, schön, eine schöne Feier, schön, Freunde kommen, schön, Haus aufräumen, wunderbar, Baum schmücken, alles super, leckeres Essen, schön, aber das ist alles unwichtig. Ihr dürft das genießen, nichts dagegen, aber es ist doch letztendlich unwichtig. Es geht doch bei Weihnachten jetzt nicht darum, dass wir nochmal ein schönes Fest feiern. Es geht darum, dass Gott selbst zu uns Menschen gekommen ist. Und so möchte ich jeden Einzelnen hier fragen, bist du vorbereitet? Ist dein Fokus auf Jesus ausgerichtet? Weißt du darum, dass du ihn brauchst und letztendlich nur ihn? Es gibt viele legitime Weihnachtsfünsche, viele Dinge, um die wir bitten können, viele Fragen, die wir stellen dürfen, aber es gibt nichts, was wir unbedingt brauchen. Zumindest nicht, wenn wir Jesus haben. Und all die anderen Sachen, die wir erbitten können und die wir vielleicht auch geschenkt bekommen können, für die wir auch wirklich dankbar sein dürfen, die sind eines Tages vollkommen wertlos, wenn wir Jesus nicht haben. Und deswegen ist diese Botschaft des Johannes auch heute für uns noch relevant. Durch seine Bußpredigten macht er den Menschen deutlich, ihr schaut auf die falschen Dinge, ihr knüpft eure Hoffnung, ihr verbindet eure ganze Identität mit den falschen Dingen. ihr lebt für die falschen Sachen. Ihr tut Dinge, die ihr nicht tun solltet und ihr schaut nicht auf den, auf den ihr schauen solltet. Ihr braucht Umkehr. Wir alle brauchen Umkehr. Das ist das, was Buße bedeutet. Wir brauchen Umkehr. Zurück zu dem, der uns gemacht hat, damit wir mit ihm leben. Von dem wir uns alle abgewandt haben. Kehrt um. erkennt an, dass ihr in eurem Leben so viel Müll angesammelt habt, so viele falsche Dinge und so viel Schuld, die weg muss. Und deswegen kommt dann Johannes und tauft die Menschen im Wasser. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Bekennen. Ja, ich habe Schuld in meinem Leben. Ich brauche Reinigung. Ich brauche eine Reinheit, mit der ich wieder zu Gott kommen kann. Und dann sagt er ihnen ja nicht, mit dieser Taufe ist alles erledigt, geht froh nach Hause und feiert jetzt Weihnachten. Sagt der Menschen, das bereitet euch vor. Das bereitet euch vor, damit er jetzt kommen kann. Damit ihr ihn empfangen könnt. Ihr müsst erkennen, dass er ihn braucht, dass er einen Retter braucht. Und dann kam Jesus. Und dann kam er, der, wie wir gehört haben, die Taufe eigentlich nicht brauchte. Er brauchte sie nicht, weil er vollkommen rein war. Da musste nichts abgewaschen werden. In der Tat, im Wasser der Taufe ist Jesus schmutzig geworden, nicht sauber. Unsere Sünden waren da reingewaschen und er geht rein und kriegt unsere Sünden mit ab. Das ist das, was letztendlich passiert. Er identifiziert sich mit uns, mit unserer Schuld. Aber er bleibt rein, weil er vollkommen rein ist. Und Gott bestätigt seine Reinheit. Und dann führt er dieses reine Leben weiter und dann geht er ans Kreuz. und dann lässt er sich von den Menschen dort von bösen Menschen ans Kreuz nageln, ganz bewusst. Weil er sagt, ich muss noch irgendwie wirklich eure Schulden nehmen. Das Wasser hat euch ja nicht wirklich reingemacht. Ihr habt ja eure Schuld noch. Und eure Schuld verdient Strafe und diese Strafe, die nehme ich auf mich. Und so tut er am Kreuz das, was er durch seine Taufe nicht tun konnte. Er nimmt die Schuld der Menschen auf sich, so, dass Menschen sie ihm wirklich geben können, wirklich wissen können. Jesus kann mir helfen. Jesus ist wirklich der Retter. Und dann hat er die Macht des Todes und der Sünde gebrochen. Er ist auferstanden am dritten Tage. Und dann verheißt er den Menschen ein Leben in Fülle. Eines Tages bei mir, da werdet ihr ein Leben haben. Ein ewiges Leben haben. Das könnt ihr euch hier noch gar nicht vorstellen. Das wird weit über das hinausgehen, was ihr jemals auf alle eure Weihnachtszettel, Wunschzettel, aller Zeiten draufschreiben könnt. Es wird so viel besser sein. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir das alles. Dann haben wir alles, was wir brauchen für dieses Leben und für das Sterben und für die Ewigkeit. Hast du das erkannt? Wenn du das erkannt hast, dann kann bei dir Weihnachten kommen. Dann kann der Herr kommen und du wirst ihn mit Freude annehmen. und dazu musst du nicht bis zum 24.12. warten. Das kannst du jeden Tag in deinem Leben tun. Das kannst du heute tun. Du kannst dich ihm im Gebet zuwenden und ihm bitten, dich reinzumachen von aller Schuld und deinem Leben wirkliche Bedeutung zu geben. Durch seine Bußpredigen hat Johannes den Weg gebahnt, den Weg geebnet und Jesus sagt dir zu, wenn du zu mir kommst, ich werde dich nicht von mir stoßen. Ich werde dich liebend annehmen. Komm im Gebet zu mir. Nun weiß ich, dass die allermeisten unter uns das schon getan haben. Jetzt könnte man vielleicht vorschnell denken, dann brauchen wir Weihnachten nicht. Wir haben das ja für uns schon gehabt. Aber wir feiern es jedes Jahr, genauso wie wir jede Woche Gottesdienst feiern, so wie wir regelmäßig die Abendmahl feiern, weil wir diese Erinnerung immer wieder brauchen. Weil unser Leben eben voller Ablenkung ist und wir immer wieder den Herrn aus dem Blick verlieren. Und so hat Johannes den Weg bereitet und diese Botschaft auch uns gegeben, damit wir immer wieder neu den Blick auf Jesus richten können. Und so darfst du auch heute, wenn du schon ein Kind Gottes bist, erst recht immer wieder zu ihm kommen. Du darfst zu ihm kommen mit all deinen Sorgen und Nöten, mit allem, was dich bewegt, mit aller Schuld. Er ist da für dich. Und wir machen es dann manchmal vielleicht so, wie diese Delegation, die zu Johannes kommt und wir haben unsere eine Frage, das eine, auf das wir uns fokussieren. Und vielleicht tun wir gut daran, uns durch diesen Text nochmal daran erinnern zu lassen. Okay, vielleicht stellst du einfach die falsche Frage. Jetzt schau doch erst mal auf Jesus, jetzt hör doch erst mal auf Jesus. Vielleicht hat er was ganz anderes für dich. Vielleicht denkst du, du brauchst das, aber vielleicht hat er was viel Besseres für dich. Ich möchte uns Mut machen, gerade in dieser Vorweihnachts- und Weihnachtszeit immer wieder aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dem guten Hürden, der uns durch unser Leben führt. Selbst durch die dunklen Täler hin zu einer grünen Aue mit Fülle. Und wenn wir dann Jesus im Fokus haben, wenn wir dann unseren Blick auf ihn gerichtet haben, dann möchte ich uns Mut machen, das zu tun, was Johannes tut. Was tut Johannes hier? Er, der Jesus erkannt hat, er hat ihn erkannt bei seiner Taufe, was wir hier lesen, das geschieht nach seiner Taufe. Er, der Jesus erkannt hat, weist Menschen auf ihn hin. Wir werden am Heiligen Abend noch intensiver darüber nachdenken, aber ich möchte heute schon kurz uns Mut machen, lasst uns diesem Beispiel folgen. Wegbereiter des Herrn sein. Johannes war sehr darauf bedacht, die Menschen nicht an sich selbst zu binden, nicht den Fokus auf sich zu beziehen, sondern immer wieder von sich wegzuweisen auf den hin, um den es wirklich geht. Und diesem Vorbild sollten wir folgen, in aller Demut. Wir sollten Menschen mutig zur Buße rufen und sagen, du brauchst Umkehr, du brauchst Veränderung, du brauchst Reinigung in deinem Leben. Und dann sollten wir ihnen verkünden, dass Gott selbst in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, damit unser Leben eine neue Orientierung bekommen kann. In der Tat, damit wir ein ganz neues Leben haben können. Damit wir frei werden können von aller Schuld und Leben in Fülle haben können. Wenn wir zu sehr darauf bedacht sind, was die Menschen über uns denken, wenn wir zu sehr danach streben, Anerkennung zu bekommen bei den Menschen, dann wird schwer werden, das zu tun. Denn diese Botschaft des Johannes, die Botschaft des Evangeliums, ist zwar die beste Nachricht, die Menschen hierher hören können, aber sie ist doch auch eine anstößige Botschaft. Manche werden diese Botschaft nicht hören wollen. Aber wenn wir darauf bedacht sind, die Menschen nicht an uns zu binden, nicht Anerkennung bei den Menschen zu finden, sondern auf Jesus hinzuweisen, auf das viele ihn erkennen, dann werden wir mit viel Mut und mit der nötigen Demut Menschen versuchen, an Christus zu binden und nicht an uns. und so möchte ich uns schließlich auch fragen, wie ist das mit uns gemeinsam, als Gemeinde? Haben wir als Gemeinde Jesus im Fokus? Steht Jesus im Zentrum dieser Gemeinde? Sind wir bestrebt darum, die Menschen nicht abzulenken durch irgendwelche anderen Dinge, sondern sie beständig auf den hinzuweisen, der der Herr der Gemeinde ist? Das brauchen die Nichtchristen genauso wie die Christen. Ich habe mich beim Predigtschreiben gefragt, wofür ist die FEG München Mitte bekannt? Die Gemeinde mit vielen Akademikern, die sehr schöne Gemeinde mit tollen Räumen. Ja, bin ich für Bade sehr dankbar, für die schönen Räume noch mehr als für die Akademiker, aber sind wir bekannt als eine Gemeinde, in der Jesus Christus im Zentrum steht in allen Dingen? Ist das eine Gemeinde, in der Christus verkündigt wird, in der Christus besungen wird, in der Christus angebetet wird? Sind wir eine Gemeinde, wo im Kindergottesdienst nicht irgendwelche Morallehren oder irgendwelche Bespaßung stattfindet, sondern Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird? Haben wir einen Büchertisch, auf dem ich ein bisschen nette Unterhaltungsliteratur liest, sondern Jesus Christus im Zentrum ist? Ich sage ganz ehrlich, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht mit 100% vielleicht, aber doch letztendlich einen Haken dahinter machen kann und sagen kann, ja doch, ich habe den Eindruck, unsere Gebetsgemeinschaften sind in den letzten Jahren noch Christus-zentrierter geworden. In unseren Predigten hoffe ich sehr, dass Christus immer im Zentrum steht. Ich hoffe, dass diese Gemeinde wirklich geprägt ist davon, dass Christus in allen Dingen im Zentrum steht und doch weiß ich darum, wie leicht es ist, diesen Fokus zu verlieren. Denn die Ablenkung gibt es auch für uns als Gemeinde überall. Und so möchte ich uns Mut machen, uns auch hier von Johannes den Weg weisen zu lassen und zu bedenken, dass manchmal das Gute des besten Feindes ist. Ich möchte uns Mut machen, an alle Zeit wachsam zu sein und darauf zu achten, dass wir Menschen nicht versehentlich ablenken, sondern dass wir in unserem eigenen Leben Jesus immer einen Blick haben und Menschen immer wieder auf ihn hinweisen in unserem ganz persönlichen Leben und als Gemeinde. Denn er ist derjenige, den wir alle mehr brauchen als irgendetwas oder irgendjemand sonst. Und dann ist es doch letztendlich auch egal, was die Menschen jetzt von mir denken. Ob die sagen, der hampelt mir zu viel rum, das ist mir ehrlich gesagt wurscht, solange ihr Christus hört. Es ist mir wurscht, ob die Krawatte schön oder hässlich ist, solange ihr von Christus hört. Es ist mir sogar wurscht, ob ihr sagt, in die Gemeinde gehe ich jetzt oder in eine andere Gemeinde, aber das muss eine Gemeinde sein, die Christus verkündigt. Es geht doch nicht darum, die Menschen an die FEG München Mitte oder an Matthias Lohmann oder Lars Göhle oder irgendwen zu binden. Es geht darum, Menschen an Christus zu binden. Und so geht es mir darum, dass wir alle diesen Blick immer wieder haben. Das ist die Botschaft, die Johannes es so klar vor Augen hat. Bahnt einen Weg unserem Gott in unsere Herzen hinein, einmal und immer wieder und dann hin zu den Herzen der Menschen, auf das sie Christus erkennen. Lieber himmlischer Vater, darum wollen wir dich bitten, schenk uns den richtigen Fokus. Es ging nicht um Johannes und es geht nicht um uns. Es geht nicht um die FEG München Mitte, es geht um dich. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du dich uns klar vor Augen stellst, ist, dass wir in dir erkennen, wie sehr du uns liebst, wie gut du es mit uns meinst, ja, sodass wir uns immer wieder und in allen Situationen auf dich werfen und in dir Erfüllung finden, Freude, Zuversicht, Hoffnung. Oh, Herr, ich bete für die unter uns, die das vielleicht noch nie getan haben. Gib ihnen Mut, zu dir zu kommen. Herr, ich bete für uns, die wir vielleicht den Fokus etwas verloren haben, dass du uns immer wieder neu auf dich hin ausrichtest. Oh, Herr, mach uns bereit. Mach unsere Herzen bereit. Hilf uns dir, den Weg zu bahnen, auf das du einziehst in unsere Herzen immer wieder und immer mehr. Und so wollen wir auf dich schauen, voller Anbetung. Amen.